Konstruieren Sie zunächst eine beliebige Gerade mit dem Anstieg minus zwei Drittel, zum Beispiel eine Gerade, die die Popcornachse bei 20 und die Schokoladenachse bei 30 schneidet. Verschieben Sie dann diese Gerade als Tangente an die Indifferenzkurve. Markieren Sie diesen Punkt. Bei der Konsumkombination in dem Punkt B beträgt die Grenzrate der Substitution also minus zwei Drittel Popcorn-Tüten pro Schokoriegel. Nun zeichnen Sie eine Gerade mit dem Anstieg minus vier. Diese Gerade legen Sie an die Kurve an und finden so den Punkt C, indem sie die Grenzrate der Substitution minus vier Popcorn-Tüten pro Schokoriegel beträgt.